Hey ADHS-Athleten, in diesem Video erfährst du, warum du dich bei Videospielen konzentrieren kannst und wie du das ausnutzt, um ein glücklicheres, erfolgreiches Leben zu haben. In Bezug auf Videospiele und ADHS gibt es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen. Verursachen Videospiele ADHS, machen sie die ADHS-Symptome schlimmer oder wenn mein Kind sich nicht konzentrieren kann, wie zum Teufel, kann es sich dann auf Videospiele fokussieren. Warum? Wenn du eine Idee hast, dann schreib diese mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, deine Meinung zu lesen. Denn wenn du dir das mal überlegst, ist es eigentlich mega verblüffend. Wir können uns stundenlang auf Videospiele konzentrieren, doch manchmal überhaupt keine 30 Minuten auf einen wichtigen Vortrag. Und es liegt definitiv nicht daran, dass Zuhören oder Arbeiten schwieriger ist, als Videospiele zu meistern. Denn dann hast du schon einmal gesehen, was Kinder für komplexe Dinge in solchen Spielen bauen. Lernen muss nicht langweilig sein und es liegt auch nicht daran, dass wir uns nicht dafür interessieren. Meistens jedenfalls. Und der häufigste Grund, weshalb Videospiele so fesseln sind, ist sofortiges Feedback. Feedback ist in diesem Fall die Antwort deiner Umgebung auf dein Verhalten. Jeder profitiert davon, doch ADHS-Athleten brauchen es. Denn neueste Forschungen haben ergeben, dass Menschen ohne ADHS Bestleistungen erbringen konnten, wenn sie dazu aufgefordert werden. Doch bei ADHS-Betroffenen reicht das einfach nicht aus. Wir ADHS-Athleten benötigen eine zusätzliche externe Motivation. Man hat sogar herausgefunden, dass ständiges Feedback dafür sorgt, dass Schüler mit ADHS um Längen besser als ihre Mitschüler abschnitten. Je schneller das Feedback, desto besser. Und ADHS-Athleten tendieren dazu, im Hier und Jetzt zu leben. Also wenn wir etwas Wichtiges erledigen müssen und wir uns erst in einer Woche mit unserem Lieblingseis belohnen würden, würde uns das nicht so stark motivieren wie sofortiges, positives Feedback und Ermutigung von unserem Umfeld. Und Videospiele bestehen geradezu aus sofortigem Feedback, weil alle Videospiele einem typischen Schema folgen, dem Feedback-Loop. Dieser Feedback-Loop besteht aus vier Schritten. Schritt 1, Verständnis. Schritt 2, Handeln. Schritt 3, Regeln befolgen. Schritt 4, Feedback. Das führt dann automatisch zu Verständnis und Lernen. Denn bei Videospielen geht es extrem schnell. Und so funktioniert es. Ein Spiel bringt dich in eine Situation. Sagen wir, du bist in einem Auto und musst ein Rennen fahren. Sofort versuchst du die Situation zu verstehen und im Schritt 2 handelst du. Du drückst eine Taste auf deinen Controller und basierend auf den Spielregeln bekommst du sofortiges Feedback, welches dich dann weiter motiviert, diese Handlung zu wiederholen. Oder dich dazu bringt, anders zu handeln, weil du vielleicht gegen eine Wand fahren könntest und verlieren würdest. Doch wieso funktioniert das Feedback von Videospielen so brillant? Der erste Grund ist, es ist verlässlich und exakt. Der zweite Grund ist, es ist meistens positiv oder zumindest nicht bewertend. Und der dritte Grund ist, du bekommst es sofort. Und das Leben gibt einem meistens kein direktes Feedback. Und wenn, dann ist es meistens negativ und bewertend. Wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, dauert es sehr lange, um sofortiges Feedback zu bekommen. Denn wenn man einen Tag lang eine anstrengende Diät durchzieht, kennt man keine positive Veränderung. Und deshalb gibt man so leicht auf. Zudem werden wir eh leicht frustriert und haben manchmal hohe Ansprüche an uns selbst, weil wir einfach perfektionistisch sind und wissen, dass wir mega viel Potenzial haben. Negatives Feedback funktioniert bei uns allerdings gar nicht so gut, insbesondere, weil es eine negative Auswirkung auf unseren Selbstwert hat. Denn wenn du zum Beispiel in einem Videospiel ständig verlierst, kannst du dich dazu entscheiden, das Videospiel einfach zu löschen, weil es dir eben nicht gefällt. Doch wenn dich dein Mathelehrer wegen einer schlechten Note anschreit, kannst du das Fach nicht einfach löschen, sondern musst es trotzdem irgendwie hinbekommen. Heißt das jetzt, jeder ADHS-Athlet sollte ständig gelobt werden? Nein, denn stell dir mal vor, du entdeckst ein Spiel, in dem du immer gewinnst. Dann würde es nach einiger Zeit langweilig werden. Was wir wirklich brauchen, um glücklicher und erfolgreicher zu werden, ist umgehendes, positives und exaktes Feedback. Doch welche Möglichkeiten gibt es hierfür? Wenn du ADHS hast, dann kannst du dich zum Beispiel von einem Therapeuten begleiten lassen, wenn du das möchtest, welcher dir regelmäßig Feedback gibt. Oder du kannst deinen Chef in regelmäßigen Zeitabschnitten fragen, ob er zufrieden ist und wie die Dinge so laufen. Und das Wichtigste ist, mach dir deine Erfolge immer bewusst. Denn wir haben jeden Tag bis zu 70.000 Gedanken und nur 3% davon sind positiv. Wir reden uns so viele negative Dinge ein und haben viel zu hohe Erwartungen an uns selbst. Das heißt, wenn immer du eine Aufgabe erledigt hast oder eine kleine Sache gemeistert hast, klopfe dir wirklich selbst auf die Schulter und belohne dich. Wenn du Fortschritte bei Projekten bemerkst, die herausfordernd für dich sind, dann belohne dich dafür. Das können kleine Belohnungen wie dein Lieblingsessen oder auch größere wie eine wunderschöne Reise sein. Und wenn du wissen willst, wie du dieses ganze Prinzip des Videospiels auf dein Leben übertragen kannst und somit erfolgreicher, glücklicher und viel gelassener werden kannst und wirklich Spaß an deinen Projekten haben kannst, dann wirst du dich extrem auf morgen freuen. Denn morgen kommt der Teil 2 dieser Videoserie, in dem ich erkläre, wie du dieses Prinzip in deinem Leben anwendest und wie du dein Leben zu einem richtig interessanten und spannenden Videospiel machen kannst, um so leicht erfolgreich zu werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mit einer positiven Bewertung und wenn du keine ADHS-Praxistipps mehr verpassen willst, dann abonnier jetzt diesen Kanal. Dann siehst du auch den Teil 2 dieser Videoserie. Morgen wirst du sofort benachrichtigt und denke mal dran, ein Hyperfokus könnte alles verändern. Ciao.